Hallo liebe Dynamo-Fans, hallo liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Liebe Dresdnerinnen, liebe Dresdner, liebe Dynamo-Fans. Impfungen sind freiwillig und jeder darf selber entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Ich weiß, dass das Thema Impfung ein sehr, sehr sensibles Thema ist, wo jeder am Ende selber entscheiden muss, ob er sich impfen lässt. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, mich impfen zu lassen, um vor allem meine Familie, meine Freunde und am Ende auch mich selber vor dem Virus zu schützen. Ich für meinen Teil habe es gemacht. Ich habe mich impfen lassen, aus dem einfachen Grund, weil ich wieder einen Schritt zurück in mein altes Leben gehen wollte und weil ich mich und mein Umfeld mehr schützen wollte. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, mich impfen zu lassen, weil ich leider in der eigenen Familie erfahren musste, wie gefährlich und wie tödlich die Krankheit sein kann. Abs Herzlichen Glückwunsch impulsen. Untertitelung des ZDF, 2020